Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commanderkrieger und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Das ist das letzte Pack-Opening, den Leuten so viel Spaß gemacht hat. Machen wir noch eine. Flair, ja, Kelp. Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Oh Mann. Was passiert hier? Pack-Opening mit Video-Open-Name. Pack-Opening mit der Mareike. Danke. Äh, ja, wir sind wieder bei. Ich glaube, diesmal werden sie, ich hoffe es auch, werden sie nicht nochmal das Ganze wegprügeln. Aber ich glaube, diesmal wird hier gewake-upt und gebämmt und alertet bis zum Gede mehr. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt eine Stream-Währung, die nennt sich Amna-Coins. Und mit diesen Amna-Coins haben die Leute die Möglichkeit, mir ein Wake-Up, eine Attacke oder ein Bäm reinzudrücken. Und, äh, natürlich auch Donation und das Ganze. ESSC hört und hört sich auf. Ja, Double Wake-Up. Ihr solltet euch zumindest schon mal absprechen. Ja, dann habe ich zwei Strikes auf dem Channel, ist scheißegal. Äh, ich sehe ja, wenn das erste Video ein Strike wurde, gucken wir mal, wie der zweite wird. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie das Ganze ist. Ähm, so, auf jeden Fall, so läuft der Hase hier, der kritische Hase läuft hier so ab. Äh, mega, mega krass. Die letzte Aufnahme, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, die Leute haben über 1000 Euro donated. Äh, innerhalb von, keine Ahnung. Können wahrscheinlich in den Videokommentaren drinstehen. Bam! Bam, Junge. Ähm, das Schöne ist, wenn ich halt die ganze Zeit lachen, dann, äh, ohne Scheiß, dieses Wake-Up. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie laut das auf meinem Öhrchen ist, aber es ist verdammt laut. Es ist wirklich verdammt laut. Und, äh, die Leute haben eine Menge Spaß dran, äh, mich da zu erschrecken. Das einzige Problem ist, dass die Leute diesbezüglich ein bisschen dumm sind. Und, anstatt diese Wake-Ups zu nutzen, wenn gerade so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, so, ui, Spannung, und dann so ein Wake-Up rauszuhauen. Nee, sie hauen die Wake-Ups viel zu schnell hintereinander raus. Und dadurch sind sie, äh, ja, zuberechenbar. ESSC. Oh, Mann, ESSC. Dankeschön. Der Swecks. Das Lied übrigens heißt, Thunderclap. Findet ihr auch auf YouTube. Dankeschön. Zehn Euro. Mareike, lies mal die Scheiße vor. Fischer Pictures, 20 Euro. Dankeschön. Das sieht aus Adiamos. Grüße zurück, Fischer Pictures. Dankeschön. Oh, Mann, ey. Grüße, Schuluk. Mareike. Oh, der Schlingels hat es echt nötig, hier Werbung zu schnubbeln. Für seinen Twitter. Was, was erwartet man denn da? Der Schlingels, bist du Türke, ist geil. Ha! Ja, ist er. Hardcore-Türke. Der Sinan ist mein Quoten-Türke im Stream. Oh, Mann. Hanci, dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei Öremke-Männerkrieger. Ich bin der Hansci und wünsche euch VEI. Elspes beim folgenden Pack-Opening. Dankeschön, Hanci. Und es kommt noch einer. Der ESSC. Nur mal so nebenbei, Freunde. Ja, danke. Der ESSC hat letzte Runde, hat er, äh, im letzten Monat hat er Spendenverbot bekommen, weil der innerhalb einem Monat schon komplett ausgerastet ist. Ne, also. Ohne Witz. Ich kann nur vielen, vielen Dank sagen. So, die BSS-Türke. So, die BSS-Türke. Oh, Mann. Vor allen Dingen, ich habe eben gar nicht mal... Dankeschön, Phantom! So, Phantom 19. Dankeschön. 19. 19 hier. Ich habe eben gar nicht mal so schlechte Packs gezogen, beziehungsweise im letzten. Äh. Aber es geht einfach so, so komplett runter. Megidi. Freunde. Hallo, Silvercrust. Ist hier noch ein Tader wert? Nix mehr, ne? Megidi. Tschüss. Imbula. Der berühmte Imbula. Oh, Mann, Leute. So. Bis wie viel muss ich eigentlich ziehen? Was habe ich hier eben? Bis 42, da muss ich jetzt bis 36 ziehen. Oh, der Sokratis. Der hat mir ja schon mal das ein oder andere Türchen reingedrückt. Ähm. Der kostet nur 5K? Ich meine, guckt euch mal die Werte an, ne? 85 Defense, 83 Physis, 78 Pace. 1,86 groß. Den stoße ich nicht ab. Der kommt erst mal in den Verein. Oh, was ist hier? ESSC, 2 Euro. This is my destiny. Don't tell me, Walti Kondo. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, ESSC, wenn es alles, äh, in eine, in eine Packe reingeglatscht hättest. Oder geht das nicht? Hey, machst du bitte mal. Erlkönig LP, danke schön. Ja, gut. Dann merkt man aus welcher, aus welcher Schicht der R-König LP kommt. Sehr gut. So, lassen wir uns nicht lang numpen hier mit Nastasic. Oh, Bonner. Ah, so viel Potenzial gehabt, der Junge. Und Fanderclap, liebe Freunde, vom Julasch. Danke schön, Julasch, für den Zehner. Und danke schön, der Schiefkrieger. Ja. Sehr gut, Mareike. Mareike ist auch schon wieder ein bisschen durcheinander. Und der Möjo. Schönen Dank, Möjo, für deinen Weesup. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Jim Aesthetics, äh, schreibe ich dir gleich, oder sage ich dir gleich. So. Oh, Mann. Ohne Witz. Da soll mal einer sagen, äh, Jim, mach keinen Spaß. Hey, must beat the money. Dankeschön, DSSC. How can you eat, Ben? My mother taught me. Taught me? Taught me. So, dann kommt die Frage, ob ich auch Teams bewerte. Ich kann Packs ziehen. Das kann ich. Alter, Finne. Guru Kill. 20 Euro, um den Strike zu sichern. Hahaha. Oh, Mann, Alter. Ich wäre echt gespannt, ob ich den Strike kriege. Dankeschön, Guru. Ich bin echt gespannt, ob ich den Strike kriege. Ich versuche ja schon ab und zu so ein bisschen extra dazwischen zu labern, dass die, die Spider-Bots irgendwie das nicht so richtig erkennen. Hoffe ich zumindest. Ähm. Und, ja, bin mal gespannt, ob da was passiert. Blick. Alter, ich habe Suarez gezogen. Von Barcelona. Das ist doch fitter in Wirtschaft, oder? Ach, ja. Hammerhart. So, ein dicker Schweif. Für einen Chakka. Der wird wert. Wake up, wake up. Alter, Finne. Dankeschön. Duschwasser. Der war gut. Der war gut. 12K? 8K? 7K? 7K? 5, 6? Ach, ja. Der Chakka. Der Granit. Weg mit dem. Ich glaube, den kriege ich nicht weg. So. Wieso ein Strike? Weil diese Lieder urheberrechtlich meistens von der GEMA zumindest so ein bisschen unter die Fittiche genommen werden. Ähm. Müssen wir mal schauen. Wie das Ganze ist. Ach, Smolnikov. Oh, oh, oh. 7, 8 Space. Aber, äh. Und ich, äh, flink der junge Mann. Die Packs sind echt gar nicht mal so schlecht. Echt nicht so schlecht. Was haben wir denn? Kurz vor, so, kurz vor 10 abends. Na gut, Kamini ist jetzt nicht so, äh, der Burner. Aber ich habe die Hoffnung, wo wir gerade mal beim Thema GEMA sind. Äh, ich habe echt die Hoffnung, dass durch YouTube Gaming, ähm, dadurch, dass die Rocket Beans jetzt da sind, dass da mal so ein bisschen was gemacht wird. Ähm. Und es gibt so Gerüchte, dass es solange nur zwei Sekunden oder drei Sekunden oder so, äh, von dem Lied verwendest, darfst du das. Nein, Schwachsinn. Du kannst nur halt Glück haben und das Lied wird erkannt. Oder du kannst Pech haben und das Lied wird nicht erkannt. Äh. Da gibt es kein, wie soll ich sagen, kein Patentrezept, wie das auf jeden Fall funktioniert oder so. Also, dass du, äh, Lieder hochladen kannst. Das ist einfach nur eine Glückssache. Entweder, äh, wirst du erwischt oder wirst du nicht erwischt. Muss man einfach so sagen. Ähm. Sondern das ist echt krass. Der Nico Nikes, 10, 30, 500 Euro. Dankeschön. Und Jano Table wirft jetzt 4,44 Euro in den Sack. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen nervig. Dann 3, kleiner, 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 dann auch wenn du nicht bei den Streams dabei sein kannst, ist nicht schlimm genieße genieße den Urlaub ich sag ja immer, man soll die Urlaube nehmen, wie sie fallen ich glaub, das war längste GIF im Commander Krieger Stream ah, der Rami ja, Mareike übt sich schon in Double Time nochmal der Signal in Duna Park aber es waren bis echt gute Packs waren bis echt wirklich gute Packs gute Packs, wie Mareike sagen würde gute Packs ich glaub, der geht aber nicht weg die Verträge verklatschen wir auch mal toll links in Deutsch Bayern Innenverteidiger und dann Olger Bartstuber ist der eigentlich, sobald ihr ihn aufstellt, verletzt? ist der eigentlich momentan verletzt oder lebt der wieder? oder lebt der gerade? Hummels, Boateng ja, beide schön gewesen nee, krieg ich einen Bartstuber Holger, wenn er siehst nicht persönlich gemeint, aber will ich wake up, wake up alter, wie ne Dankeschön nur nach Hause Gott, nee, Hause Hause rein du bist abgestoßen, Hause ah, deathbreeze natürlich kannst du was machen ja, abstoßpack hier, ne ja, wieder Maximum nee, halt, da ist eine Fitnesskarte Fitnesskarte heben wir auf sind hier eigentlich was wert? 650 ich glaube, davon habe ich jetzt eine Menge Aha Coca-Cola Coca-Cola So, weg damit wieder Bock auf ein Inform du müsst die Inform-Quote hätten wir mal ein bisschen erhöhen können oder? was glaubt ihr? ist das echt deine Frisur? wake up wake up Dankeschön wie scheiße ist du, okay, dankeschön für deinen Sub vielen Dank vielen Dank für deine Unterstützung vielen Dank Dona ja, war ja war ja Fortuna ausgebildet worden der junge Mann der Johnny aber auch perfekten Bart dafür ist auch geil auch geil, der Jonas schreibt zieh mal die riesigen Sets die manchmal kommen oh, ich zeig dir mal was hier gibt es nichts Größeres ich würde ja Größere ziehen kalou weg damit so, bei 36 ist Feierabend also nur drei Päckchen ja, da kannst du mal ein Wake-Up raushauen der überhaupt was wert Abstoßpreis, oder? 11k freust du dich über ein Inform und dann kriegst du hier das ist doch traurig, oder? gut, ich hab zwei Informs gezogen Benteke und hier Korbat-Bumms Attacke auf das letzte Päckchen so, jetzt hier nee gut, können wir direkt so abstoßen Freunde da würde ich sagen ich bedanke mich für für dazu der Ranti aber wegrennen so, ich bedanke mich dass ihr zugeschaut habt würde mich natürlich über eine Bewertung freuen über einen Daumen hoch umso mehr ich bin jetzt raus gut Schuss bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne weg mit dem Dreck Tschüss ich bedanke mich Blood ver found ist jung Vielen Dank.